Hallo, mein Name ist Markus Markus Hartmann und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem YouTube-Livestream Dorico auf Deutsch. Heute ist Dienstag, der 11. April 2023, es ist 17 Uhr, es geht auch um die aktuelle Version 4.3 und wahrscheinlich haben es einige von euch schon gesehen. Heute geht es um das Video mit dem Hashtag Dorico does it better, auf Deutsch Dorico macht es besser. Wir belassen es mal beim englischen Titel, denn der Deutsche klingt ein bisschen holzig. Also Dorico does it better, da geht es um 10 Punkte, die vorgestellt werden, die das Leben mit Notationssoftware und mit Musiknotation generell einfacher machen. Das heißt, das sind also Funktionen, die herausragend sind, die vielleicht auch keine andere Notationssoftware in der Form hat und die möchte ich heute im Einzelnen mal ein bisschen näher vorstellen. Ich werde nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil dafür die Zeit wahrscheinlich nicht reicht. Das wäre auch der, ja das wäre auch zu viel des Guten. Und ja, damit wir keine Zeit verlieren, werde ich dann direkt mal anfangen damit. So, ich zeige mal hier den Bildschirm und dann gucken wir uns das Video vorne ab einmal an. Ich starte mal das Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, das war jetzt also das Video in der, naja, deutschen Übersetzung. Ich habe da die Funktionen und die Überschriften mal übersetzt und wie gesagt, auf diese zehn Punkte werde ich jetzt ein bisschen näher eingehen und werde im Einzelnen mal besprechen hier. So. Ich starte mal hier mit mit dem Steinberg habe und bevor ich auf den ersten Punkt eingehe. Der erste Punkt nennt sich im Englischen den Beautiful by Default. Ich habe das mal als, ja, ganz frei übersetzt, als kollisionsfreie Notation. Das stimmt natürlich so nicht. Also stimmt schon mit der kollisionsfreien Notation, aber mit dem Beautiful by Default. Das heißt natürlich, dass es schon schön aussehen soll in der Voreinstellung. Und ich habe das mal als kollisionsfreie Notation übersetzt, weil das ja auch ein wesentlicher Punkt von Dorico ist, dass die Notation im Wesentlichen, ja. Kollisionsfrei ist. Und wie das funktioniert und worauf man ein bisschen achten muss, das möchte ich auch mal zeigen. Vorneweg möchte ich schicken, bevor ich jetzt gleich eine Datei öffne, dass es Voreinstellungen gibt, Werkseinstellungen. Da werdet ihr auch sehen, dass ich da recht häufig jetzt auf diesen Button in den Layout-Optionen klicke. Und diese Werkseinstellungen, die, ja, die entsprechen nicht den Voreinstellungen, die man teilweise hier in den, wenn man ein Projekt mit dem Projektassistenten erstellt. Und zwar, wenn ihr mal drauf achtet, hier die Seitengröße und die Rastralgröße, die differiert immer je nachdem, was für ein Projekt ich hier erstellen möchte mit den Vorlagenassistenten hier. Und zwar, wenn ich zum Beispiel eine Orchesterbesetzung auswähle, dann wird hier die Seitengröße auf A3 gesetzt und die Rastralgröße unter Umständen dann auch noch kleiner verkleinert. Und wenn ich dann aber in Dorico, in den Layout-Optionen auf die Werkseinstellungen zurückgehe, dann sind das andere Einstellungen. Und dann kann es auch schon mal so passieren, das zeige ich gleich, wenn ich jetzt, oder jetzt, am besten, wenn ich das jetzt hier einmal öffne, dieses moderne Orchester. Das ist ja wirklich ein großes, großes Orchester mit vielen, vielen Instrumenten. Und das ist also so voreingestellt mit dem Projektassistenten. Und wenn ich jetzt in den Layout-Optionen, wenn ich diese öffne hier, dann wird mir gleich dann ein Kollisionslayout angezeigt. Und zwar, wenn ich das jetzt hier schließe, dann sieht man, passiert das. Das heißt, es wird also alle Notenzeilengrößen, die Rastralgröße wird also auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und dann hat das das zur Folge. Das ist aber auch gar kein Problem, weil man das mit zwei, drei Handgriffen oder mit einem Handgriff mehr oder weniger, indem ich dann hier wieder reingehe, und dann das Seitenformat darauf setze und das hier wieder entsprechend kleiner mache. Dann habe ich das hier im Prinzip auch schon wieder korrigiert. Ja, dann sieht das wieder so aus, dass ich dann auch wieder schreiben kann. Das nur vorneweg. Und dann beginne ich mal mit einem Werk, das sicherlich der eine oder andere noch aus dem Klavierunterricht kennt. Und das ist Rondo alla Turca, der türkische Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart hier einmal dann auch gegenübergestellt, was es denn mit dem Partitur- bzw. mit dem Einzelstimmen-Layout auf sich hat. Technisch gesehen ist es kein Unterschied, ob man ein Partitur-Layout oder ein Einzelstimmen-Layout erstellt. Das ist natürlich dafür gedacht, dass wenn man natürlich eine Partitur hat, dass man dann natürlich die Einzelstimmen generieren kann, bzw. die automatisch als Layouts dann hier generiert werden. Wenn man natürlich für Klavier schreibt, so wie das jetzt dieses Stück hier, dann macht das natürlich keinen Sinn, da auf die Einzelstimme zu gehen, bzw. es ist egal, ob man dann die Partitur oder die Einzelstimme, das Einzelstimmen-Layout dann hier bearbeitet. So, was ich jetzt einfach mal zeigen möchte, ich habe jetzt hier beide mal parallel geöffnet, das kann man hier auch abschalten, indem ich diese vertikale Trennung hier wieder entferne. Und da ist jetzt also, im Prinzip ist das jetzt auf die Werkseinstellungen so zurückgesetzt, bzw. ich kann das jetzt nochmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen hier, diese Partitur, dann schließe ich das und dann sieht das genau so aus. Also das ist eigentlich, wenn man mit den Voreinstellungen arbeitet, für die Partitur, jetzt in diesem Fall, dann würde das so aussehen. Alles ist so gesetzt oder würde so gesetzt werden, wie wir das hier sehen. Und jetzt kann ich einfach mal zeigen, was passiert, wenn ich das einfach umformatieren möchte. Das Einzige, was ich jetzt erstmal abschalte, sind die Stimmenbezeichnungen hier. Und damit das auch so ein bisschen aussieht wie Klaviermusik, rücke ich dann hier in der Partitur die erste Zeile etwas ein, die ist das erste System. Ich gehe mal hier in die Layout-Optionen und klicke mal hier drauf. Also schalte die Notenzeilenbeschriftungen ein und rücke das erste System mal um sechs Spazien ein. Dann sieht das wie folgt aus. Da hat sich auch ein bisschen was geändert, weil man schon merkt, diese Notenzeilenbeschriftung, die frisst hier vorne immer ein bisschen Platz und deswegen werden die Takte dann entsprechend ein bisschen anders ausgerichtet. Deswegen entstehen jetzt auch hier zwei Zeilen zusätzlich. So, ich möchte jetzt einfach nochmal zeigen, wie einfach es ist, eine andere Formatierung, ein anderes Papierformat hier zu verwenden. Ich gehe einfach hier rein und dann kann ich jetzt hier das beispielsweise mal ins Querformat ändern. Es kommt zu keinen Kollisionen. Ich kann das auch größer machen, die Rastralgröße. Oder kleiner machen. Gehen wir mal noch ein bisschen kleiner. Es sieht einfach immer gut aus. Ich kann es auch mal in A3 hochformatieren. Dann sieht das so aus. Das ist im Querformat. Dann kann ich hier ins Hochformat gehen. Es sieht immer gut aus und es kommt einfach zu keinen Kollisionen, weil dieser Algorithmus im Hintergrund so arbeitet, dass immer die korrekten Abstände, die ich eingestellt habe oder die sich die Dorico in der Werkseinstellung hat, die ich natürlich auch ändern kann. Dass die natürlich für ein gut aussehendes, kollisionsfreies Layout sorgen. Was auch nicht passieren wird, ist, dass egal wie groß man diese Notenzeilen hier macht, es wird immer auf der Seite unterkommen. Was wir ja vorher auch gesehen haben, dass wenn ich diese Orchesterpartitur auf Werkseinstellungen zurücksetze, dass es nicht außerhalb der Seiten, dass da Notenzeilen zu finden sind. Hier unten ist immer dann die Grenze. Ja, dann hat man vielleicht noch eine Chance, es zu lesen, aber wenn es halt nicht mehr auf dem Papier ist, dann ist es halt auch wirklich ganz weg. Ja, also hier kann ich diese Noten ja dann beliebig umformatieren. Ich gehe nochmal auf das A4-Format und verkleinere das hier nochmal oder vergrößere das hier nochmal. Und dann sieht das eigentlich, wie gesagt, immer ganz gut aus. So, genau. Und dann gucken wir uns mal ein weiteres Werk an. Wir bleiben mal beim Mozart hier. Und zwar das nächste wäre auch eine Sonatine, an der schon ein bisschen was dran gearbeitet wurde. Das heißt, das Layout wurde schon hier ein bisschen verfeinert. Das sieht jetzt so aus. Das ist auch ein bisschen ein anderes Seitenformat. Das können wir dann gleich erkennen, wenn wir hier reingehen. Dann sehen wir hier ein benutzerdefiniertes Seitenformat. Und die Rastralgröße, respektive die Rastralgröße ist dann auch benutzerdefiniert. Und ich mache jetzt hier einfach mal, um es mal zu demonstrieren, mal einen Reset. Und dann passiert folgendes. Dann sieht das so aus. Das sieht gar nicht schön aus. Die Notenzeilen kollidieren und die Dinge rutschen ineinander. Und ich spreche hier groß von kollisionsfreier Notation. Das ist hier nicht der Fall. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, den man immer im Hinterkopf behalten muss. Wenn man vielleicht auch schon mal an einem Werk gearbeitet hat und man hat vielleicht schon mal ein Layout gemacht und möchte vielleicht, ruft dann wieder ein älteres Werk auf und man möchte vielleicht ein neues Layout machen oder irgendetwas anderes, dann kann es passieren, dass zum Beispiel, wenn ich es auf die Werkseinstellungen zurücksetze, dass dieses Layout hier dann so erscheint, was natürlich nicht schön ist. Das liegt ganz einfach daran, dass im vorherigen Layout, und zwar, ich schalte das nochmal zurück mit STRG-Z oder COMMAND-Z, und zwar wenn wir in den Notensatzmodus gehen und ich dann hier die hinweise, die sollte man in diesem Fall dann mal anschalten, dann sieht man, dass hier, ich mach das mal größer, dass man hier einen Rahmenumbruch hat, hier einen Systemumbruch, und diese bleiben erhalten, auch wenn ich im Layout, in den Layout-Optionen, die Werkseinstellungen wieder aufrufe. Dann bleiben diese System- und Rahmenumbrüche erhalten. Ein Rahmenumbruch, der besagt, dass hier, beziehungsweise, dass diese Zeilen, diese Systeme, jetzt hier in diesem blauen Rahmen enthalten sind, und Systemumbruch ist immer quasi von einem System zum nächsten. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Werkseinstellungen zurück, das Ganze zurücksetze, und ich diese Rahmenumbrüche entferne, das kann ich auf mehrere Arten machen, das kann ich in dem machen, indem ich dann diesen Rahmenumbruch anwähle, und dann mit den Befehlen Umschalttaste, Command und A kann ich dann alle anderen Umbrüche anwählen. Ich blinde auch mal meine Tastatur ein, dann könnt ihr sehen, was ich hier drauf mache. Dann kann ich die anwählen und kann diese weglöschen dann hier, einfach mit der Entfernen-Taste, und dann sieht das Ganze schon anders aus. Ich mach das nochmal rückgängig. Das Ganze kann man nämlich auch im Notensatzmodus, ohne diese Rahmen- und Systemumbrüche angewählt zu haben, kann man nämlich auch hierüber entfernen, indem ich sage, bitte das Layout hier zurücksetzen. Das ist eigentlich im Prinzip ganz genau dasselbe. Während Layoutsperren erzeugt jetzt diese Rahmen- und Systemumbrüche, dass dieses Layout genau exakt so bleibt. Das ist aber wie gesagt unabhängig von den Layout-Optionen mit Rastralgröße und Seitenformat. Das muss man wissen. Das sind also zwei unabhängige Parameter, die sich auch dahingehend nicht gegenseitig beeinflussen, sondern es bleibt jeweils so im einen, wie es ist. Also, ich setze das mal zurück und jetzt kann ich dieses Layout im Prinzip, ich adaptiere das jetzt mal nicht auf dieses benutzerdefinierte Format, sondern mal in das A4-Format. Jetzt kann ich ganz einfach hier reingehen und es sieht ja so schon gut aus. Es ist aber, es ist halt auf zwei Seiten. Das ist natürlich für dieses kurze Stück ein bisschen zu lang und die Lücken sind zu groß. Dann gehe ich einfach wieder in die Layout-Optionen und dann blende ich erst mal diese Notenzeilenbeschriftungen aus, rücke das erste System um sechs Spazien ein. Dann kann ich mir das Ganze einmal angucken. Dann ist schon das hier etwas zusammengerückt. Dann kann ich den Partietitel wie immer noch gerne mal wieder ausblenden. Dann sparen wir noch ein bisschen Platz hier. Genau. Und dann habe ich die Möglichkeit, natürlich die Notenzeilen dann noch hier etwas zu verkleinern. Da ist wieder auch ein... Genau. Da gehe ich dann mal auf Größe 4. Wende das an. Und dann haben wir nur noch diese anderthalb Zeilen hier und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dann die Notenabstände... Also ich mache das meistens so. Man könnte jetzt auch mit diversen Funktionen diese Takte dann hier in den ersten Rahmen rüberschieben. Ich mache das aber meistens erst mal bei solchen Layouts dann über den Notenabstand. Den verkleinere ich hier etwas entsprechend. Und gucken wir uns das an. Genau. Und dann haben wir hier schon nur noch eine Zeile und dann kann ich auf verschiedene Art und Weise kann ich das Ganze dann noch ein bisschen enger zusammenschieben. Entweder ich selektiere diesen Takt und dann im ersten System oben ein Element, jetzt diese Pause und dann sage ich, bitte pass mir das hier mal in den Rahmen ein. Und dann habe ich das hier schon in diesen Rahmen eingepasst. Dann gibt es auch noch einen Trick, wie man alles rundherum, was nicht zu den Noten gehört, ausblenden kann. Mit einem Tastendruck, das ist hier die Taste Umschalt und dann die Circumflex-Taste. Wenn ich diese Taste drücke, dann kann ich das hier einfach mal temporär ausblenden. Und dann sehe ich, wie das dann im Layout aussieht. Also auch als Hinweis. Umschalt-Taste und die Circumflex-Taste, das ist die Taste mit dem Pfeil nach oben oder mit dem kleinen Kringel da. Ja, und dann hat man schon das Layout hier erzeugt. Und dann sieht man auch hier rechts unten im Notensatzmodus, dass eigentlich dieser Rahmen übervoll ist. Ja, das ist natürlich immer noch ein bisschen tolerabel, hier mit 103%. Und dann sehe ich auch, dass ich jetzt hier einen Rahmenumbruch erzeugt habe. Das heißt, ich habe also dieses Notensystem hier noch reingequetscht, wenn ich das mal so ausdrücken möchte. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Und zwar habe ich noch ein Stück. Und zwar gucken wir uns mal ein Stück für Gitarre an, das ich auch sehr gerne verwende. Gitarrenmusik ist ja auch so sehr komplex. Immer was die Notationen, beziehungsweise die zusätzlichen Zeichen, die rund um die Noten eingegeben werden müssen, anbelangt. Und da ist wirklich Dorico sehr weit vorne, weil das alles hier automatisch setzt. Also die ganzen Fingersätze für die linke und für die rechte Hand. Und auch wenn man zum Beispiel diese Noten hier transponiert, beziehungsweise dann andere Töne hier, das transponiert, und andere Töne entstehen mit Vorzeichen etc., dann bleiben diese Vorzeichen, die Fingersätze immer an Ort und Stelle und es kollidiert nichts. Was ich jetzt auch machen kann, ich kann zum Beispiel, um das auch nochmal zu demonstrieren, das ist ja jetzt hier ein Stück für Gitarre, bei der die Noten dargestellt werden. Ich kann jetzt aber auch verschiedene Layouts erstellen, und zwar im Modus Einrichten. Und zwar ein Layout, beispielsweise Noten und Tabulatur, und dann ein Layout auch nur für die Tabulatur. So, das Einzelstimmel-Layout brauchen wir mal nicht, das kann ich mal weglöschen. Und jetzt dupliziere ich einfach, ach, nicht löschen, das war jetzt Quatsch, nicht löschen, sondern, genau, das wollte ich nicht. Dann öffne ich das einfach nochmal. So, jetzt lösche ich aber nicht versehentlich die Partitur, sondern lösche ich nur die Einzelstimme und dupliziere jetzt dieses Layout und dupliziere das Ganze nochmal, so dass ich drei Layouts habe. Das erste oben nenne ich Noten, das zweite nenne ich Noten und Tab, das dritte nenne ich dann nur Tab. So, und jetzt kann ich ganz einfach hier, jetzt tauchen diese Layouts hier auf und jetzt kann ich die, die sehen jetzt natürlich alle gleich aus, weil ich noch nichts geändert habe, sondern ich habe ja nur die Titel geändert. Jetzt kann ich einfach mal hier reingehen, in dieses Tab und die Eigenschaften, also die Layout-Optionen öffnen. Dann habe ich das hier angewählt und jetzt gehe ich einfach auf Spieler und sage, bei diesem Spieler möchte ich bei Instrumenten mit Bünden, möchte ich hier in diesem Layout nur, beziehungsweise die Tabulatur und die Notation darstellen. Dann wende ich das an und dann habe ich hier bei diesem Layout habe ich dann diese Darstellung. Es sieht auch, wie gesagt, es kollidiert nichts, es sieht einfach sofort gut aus und dann beim dritten Layout hier möchte ich jetzt einfach, bei diesem Layout möchte ich einfach nur die Tabulatur darstellen und das Ganze dann mit einer rhythmischen Darstellung. Ja, das sieht dann sofort so gut aus. Das kann ich natürlich auch nicht in der Größe verändern und so weiter und so fort. So, dann habe ich hier im Druckenmodus habe ich dann diese drei Layouts in unterschiedlichen Versionen. Einmal nur die Noten, Noten und Tab oder eben nur die Tabulatur-Version mit Rhythmus. Ja, dann gehen wir nochmal zurück zur Notation eines Orchesters und zwar, ich kann ja, wie man eben schon gesehen hat, habe ich natürlich die Möglichkeit, mehrere Layouts natürlich zu erstellen. Dann gehe ich in den Modus einrichten. Hier habe ich ja diese klassische Orchester-Partitur und ich kann jetzt einfach, ich bin nicht nur auf diese Partitur angewiesen, sondern ich kann jetzt hier einfach auch eine neue Partitur erzeugen, indem ich hier links unten auf dieses Männchen klicke. Und dann werden die Voreinstellungen verwendet. Das hier, was wir sehen, ist ja die bearbeitete Version und wenn ich jetzt diese, ich schiebe die auch mal nach oben, ich nenne die mal Partitur neu. Ich schiebe diese mal nach oben und dann taucht die jetzt hier auf unter Partitur neu und dann sieht die eigentlich sofort auch gut lesbar aus. Und einfach auch nochmal, um zu zeigen, wie schnell und einfach es ist, etwas umzuformatieren, weil jetzt haben wir hier das A4-Format und wenn ich das bis ganz ans Ende scrolle, dann haben wir hier 168 Seiten. Das ist dann ein bisschen viel und jetzt kann ich natürlich diese Partitur beliebig umformatieren, wie ich möchte. Und das möchte ich auch nochmal kurz zeigen, wie einfach das funktioniert. Ich gehe in die Layout-Optionen und mache dann meinetwegen A4, lasse ich mal bestehen, dann lasse ich es mal im Hochformat, und verändere dann hier die Rastralgröße auf die Größe 7, also auf 4,8 Millimeter, mache mal die Seitenränder auch ein bisschen schmaler. Ich habe das ja auch schon öfters gezeigt. Klicke dann auf Anwenden und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir haben also mehr Luft und man sieht auch schon, hier sind ein paar Zeilen zusammengerückt. Und jetzt möchte ich natürlich auch eine Partitur haben, die wirklich sehr kompakt ist und sehr klein. Und dazu gehe ich wieder in die Layout-Optionen und sage nun unter den vertikalen Abständen, dass wir gerne hier die Notenzeilen sichtbar, dass wir nach dem ersten System die Notenzeilen ausblenden möchten. Also die leeren Notenzeilen. Und dann ist das Ganze noch ein bisschen kompakter geworden. Ja, man sieht schon hier die Systemumbrüche und es gibt immer noch ein bisschen Luft hier. Da werde ich auch gleich noch das ein bisschen ändern. Dann sehen wir hier, und zur besseren Kenntlichmachung kann man wieder in den Layout-Optionen kann man einstellen, dass man dann hier die System-Trennzeichen anschaltet. Und dann werden die hier direkt sichtbar. Und da sieht schon alles wirklich sehr gut aus. Wie gesagt, das ist auch eine lange Partitur mit 483 Takten. Und jetzt kann ich das Ganze noch kompakter machen, indem ich das Ganze hier, das kommt später auch noch diese Funktion ein bisschen, die werde ich auch noch ein bisschen näher vorstellen. Das wäre dann die Funktion Zusammenführen, also zu einer Dirigierpartitur. Wenn ich das jetzt hier zusammenführe, wird es noch kompakter. Und wie man sieht, richtet sich, formatiert sich das Ganze automatisch per Voreinstellung auf diese Art und Weise aus. Also man muss eigentlich fast gar nichts mehr dran einstellen. Das Einzige, was ich jetzt hier machen würde, ist erstmal diese zweite, weil das passt rein rechnerisch hier nicht mehr auf die erste Seite. Dann wären wir schon wahrscheinlich über 100%. Und ich kann das natürlich erzwingen. Das heißt, ich kann jetzt hier diesen Doppelstich anwählen. Hier selektiere ich auch ein Element ganz vorne und erzeuge das und sage wieder, bitte in Rahmen einpassen. So, und dann ist das in den Rahmen eingepasst. Kollidiert natürlich hier, logischerweise, weil hier unten sehen wir, das sind 107% bei dieser Einstellung. Und dann kann ich jetzt natürlich auch manuell, das sollte man aber wirklich dann ganz am Schluss machen, diese Notenzeilen hier einfach ein bisschen hochziehen, das andere vielleicht ein bisschen runter. Das wäre mal auf die Schnelle, ganz simpel und ganz einfach, so ein Layout erstellt. Und da sieht man schon, es ist also wirklich, ohne dass ich irgendwie weiter Hand angelegt habe, hier im Layout etwas von Hand angefasst habe, bis auf die erste Seite sieht es wirklich gut aus und gut lesbar. Also wirklich sehr praktisch und sehr, sehr schnell, diese Voreinstellungen, die man dann, wie gesagt, in den Layout-Optionen dann ändern soll. Gut. Das wäre mal der erste Punkt, kollisionsfreie Notation. Dann gehen wir mal weiter, und zwar der zweite Punkt wäre, flexible Noteneingabe. Und zwar gebe ich mal, zeige ich mal, wie das funktioniert. Ich gehe gar nicht auf die Noteneingabe per se ein, die Noteneingabe-Funktionen kennt man ja. Also es gibt Notendauer vor der Tonhöhe, das Ganze auch umgekehrt, also die Notendauer vor der Tonhöhe und so weiter. Dann kennt man natürlich auch diese Noteneingabe hier unten mit der Tastatur und so weiter. Wie gesagt, da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, sondern ich möchte einfach auf diese Noteneingabe eingehen, die meines Wissens nach kein anderes Notationsprogramm kann. Und zwar habe ich die Möglichkeit, den Eingabecursor zu erweitern. Und dann habe ich die Möglichkeit, natürlich hier einen homophonen Satz einzugeben. So kann ich dann hier ganz einfach homophone Musik direkt in mehrere Notenzeilen eingeben. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Funktion. Das Weitere noch auch sehr zeitsparend kann es sein, dass man diese Noten natürlich nachträglich auch noch verändern kann. Und zwar nicht nur in der Tonhöhe, sondern natürlich auch in der Position, indem ich die Alt-Taste drücke und indem ich die Pfeiltaste links-rechts oder die Shift-Taste dazu gedrückt halte und dann kann ich Notenwerte auch verlängern oder verkürzen. Immer anhand dieses Rasters, das ich hier links unten einstellen kann. Genau, also das wäre die eine Funktion, die besonders ist. Und die zweite herausragende Funktion ist der sogenannte Insert-Modus. Der Insert-Modus, den finden wir hier. Und überall da, das sieht man an mehreren Werkzeugen, wo rechts unten so ein kleines Dreieck ist, da sind noch weitere Funktionen versteckt. Die erreicht man dann, indem man mit der Maustaste dann hier auf dieses Icon drückt und die Maustaste gedrückt hält. Und dann kann man die mehreren Funktionen hier aufrufen. Und zwar ist dieser Insert-Modus unterteilt in vier weitere Funktionen. Zum einen kann ich Noten in eine Stimme einfügen oder in den Spieler oder in alle Spieler oder ich kann auch innerhalb eines Taktes bleiben und dann wird der Takt dann entsprechend beliebig dann erweitert. Das möchte ich mal im Kurzen zeigen. Dazu, um jetzt die erste Funktion hier zu zeigen, gebe ich mal hier eine zweite Stimme ein. Das mache ich hier, indem ich mal ein paar halbe Noten eingebe. Und wenn ich jetzt hier in die erste Stimme oben Noten eingeben möchte, ich möchte aber die zweite Stimme, das macht jetzt bei der Trompete natürlich nicht viel Sinn, aber nur mal exemplarisch, diese möchte ich bestehen lassen und die obere Stimme dann weiter verschieben. Dann wähle ich einfach den Insert-Modus an. Und dann wird mir hier anhand dieser Viertelnote, die auf rechts gezeigt wird, wird mir angezeigt, dass ich jetzt die obere Stimme weiter verschiebe. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganze Note eingebe, ich selekte jetzt die 8 und drücke mal den Ton C hier auf dem MIDI-Keyboard, dann wird oben immer um eine ganze Note, jetzt in dem Fall, weil ich die ganze Note angewählt habe, werden diese Noten dann entsprechend verschoben. Ja, ich mache es mal rückgängig. Das Ganze funktioniert auch für den Spieler. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Icon hier links auswähle, sieht man auch an diesem kleinen Männchen, dann ändert sich auch der Eingabecursor. Wenn ich jetzt eine ganze Note eingebe, dann verschieben sich alle Noten um eine ganze Note. Wenn ich auf das dritte Bildchen umschalte, dann wird das Ganze hier erweitert auf alle Spieler. Das heißt, wenn ich die ganze Note jetzt hier eingebe, dann werden alle Noten nach rechts verschoben. Das Ganze hat auch noch einen vierten Modus und zwar kann man so ganz bequem, wenn ich jetzt mal hier nach vorne gehe, kann ich jetzt hier ganz bequem endlos viele Noten in diesen Takt eingeben oder in einen Takt eingeben und das hat, so kann ich beispielsweise ganz einfach und simpel Kadenzen schreiben, wenn ich möchte und so wird der Takt dann immer weiter ausgedehnt und es wird nach rechts, wird dann einfach Platz geschaffen. Dann hat das Ganze auch noch eine weitere Funktion und zwar eine Stopplinie und zwar auch ganz kurz vorgestellt, ich habe hier eine Stopposition und zwar wenn man hier oben drauf klickt, dann gibt es dieses Zeichen hier, das könnte man auch als Minus interpretieren, ist aber kein Minus, sondern soll eher so wie ein Einfallverbotenschild sein, das man aus dem Straßenverkehr kennt und wenn ich das anwähle, dann erscheint diese rote Linie, die kann ich mit der Maus auch verschieben oder ich kann sie auch im Raster verschieben, wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, dann kann ich die im Raster, wie gesagt, das ich hier links unten eingestellt habe, kann ich das dann verschieben und wenn ich, sagen wir mal, ich setze das mal hier hin, kopiere jetzt mal hier diese Noten, genau, das wollte ich so nicht, weil sie hat die Funktion natürlich schon gegriffen und zwar, das ist mal wieder abschalten, und dann möchte ich die wieder abschalten, jetzt kopiere ich jetzt mal hier die paar Noten, jetzt habe ich das immer noch so, weil das nämlich dann, aha, ich verstehe schon, ja genau, das hat dann, das macht aber auch gar nichts, weil dann hat das das noch von der Einstellung vorher, wenn ich da jetzt hier wieder einen Viervierteltakt eingebe, genau, dann machen wir das mal so und wenn ich jetzt hier sage, die Stoppposition soll hier sein, oder sagen wir mal hier, dann entgebe ich hier mal diese Stoppposition ein und dann werden, wenn ich jetzt hier Noten eingebe, mit, ah, ich hatte das noch aktiv, deswegen hat es das gemacht, so, meinetwegen in den Spieler, ja, dann werden alle Noten, die bis zu dieser, die werden einfach bis zu der Stopplinie weitergeschoben und danach gelöscht, also der nach, der nachfolgende Bereich wird dann nachher nicht mehr betroffen, so, das heißt, ich gehe also jetzt hier rein, wähle wieder eine ganze Note an und drücke dann einfach den Ton C hier und dann werden diese Noten, ich gebe jetzt mal Viertelnoten ein, ja, dann ist er quasi bis zur Stopplinie und danach ist dann die Musik nicht mehr betroffen davon. Das ist also auch wirklich eine tolle Funktion, wenn man also zwischendrin irgendwas bearbeiten möchte, hinzufügen möchte, einfügen möchte, dann kann man damit prima arbeiten. Gut, dann kommen wir auf das nächste, das wären Einblendfelder für schnelles Arbeiten. Einblendfelder, da habe ich auch die, das, was Anthony Hughes in dem Original Video, Dorico Does It Better, was er verwendet hat und er hat das so gezeigt dort, dass man das in zwei Arbeitsschritten eingeben kann, das möchte ich auch mal zeigen. Ich dupliziere mal diesen Spieler hier und gebe jetzt mal die Noten erstmal ein, das ist ja ganz, ganz einfach. Also, eine Viertelnote, ich schlafe mir hier das an, dann können wir es auch mitverfolgen, eine punktierte, jetzt kann ich ja direkt eine halbe Note eingeben, das ist ja anders als in anderen Programmen, da müsst ihr eine Viertelnote eingeben, Haltepunkt und nochmal eine Viertelnote, hier kann ich ja jetzt direkt eine halbe Note eingeben und dann wieder zurück auf Vierteln, dann auf Achteln, dann einen Schritt nach vorne und jetzt gebe ich nur mal die Oberstimme ein, ein B, ein A und dann eine ganze Note G. Ich lösche jetzt mal diese Formate und die Tempobezeichnung, also das Ritalano lösche ich mal weg und jetzt kann ich mit den Einblendfeldern arbeiten, ich könnte das wie gesagt auch alles mit den Werkzeugen machen und jetzt gehe ich einfach auf die Einblendfelder, das heißt, ich halte die Umschalttaste gedrückt und möchte jetzt hierfür für den ersten Takt eine Dynamikangabe erzeugen, wähle also alle Noten in diesem Takt an, drücke dann Umschalt D, jetzt gebe ich ein P ein und ein Crescendo und dann soll das Ganze zum Forte gehen und dann habe ich diese Dynamikangabe schon eingegeben. Hier selektiere ich diese halbe Note, also die zwei Viertelnoten und dann gebe ich ein Ornament ein, also drücke Shift O und gebe dann hier ein Triller ein, der wird dann auch direkt, weil es ja länger ist als eine Viertelnote, direkt mit dieser Wellenlinie dann dargestellt. Hier kann ich auch direkt mit dem Tastaturkürzel S, kommt von Slur, von Bindebogen, kann ich einen Bindebogen hinzufügen, hier auf dieser Note kann ich mit der Taste Ü, die ganzen Artikulationen sind ja hier in diesem Bereich, also Ü, plus E und die Raute-Taste, damit kann ich die Artikulationen, die man hier links sieht, einfügen und diese beiden Noten hier, hier erzeuge ich zunächst erstmal die sechste abwärts, das mache ich mit dem Notenbearbeitungswerkzeug, das ist Umschalt I, hier gebe ich einfach dann minus 6 ein, dann habe ich diese sechste abwärts erzeugt und jetzt sind diese Noten noch aktiv und jetzt kann ich hier dann einfach eine Spieltechnik eingeben, nämlich den Downbau, also sprich den Abstrich und dann ist das hier erzeugt und jetzt auf der nächsten Note gebe ich hier, wenn ich diese anwähle, einfach eine Formate ein, das mache ich mit Umschalt H und dann kann ich hier einfach eine Formate eingeben und wenn ich ein Retardando eingeben möchte, selektiere ich den Takt, über das das Retardando verlaufen soll oder ich kann auch nur eine Note selektieren, das kann ich machen, mache ich mal so, genau und dann gebe ich jetzt hier ein Retardando ein, drücke Enter und dann kann ich dieses Retardando wie auch andere Elemente dann verlängern oder verkürzen mit Umschalt und Alt. Das gilt für Noten wie auch für alle anderen Notationselemente, die ich zusätzlich zu den Noten einfüge, kann ich die mit Alt, den Pfeil links und rechts Tasten verschieben oder mit gedrückter Shift und Alt Taste und den Pfeiltasten verlängern oder verkürzen. Probiert das einfach mal aus, das ist wirklich ganz simpel und das gilt für alle Elemente. So, jetzt kommen wir noch zum dritten möglichen Fall und der geht dann wirklich schon etwas in den Nerd-Bereich. Ich habe ja neulich ein Video veröffentlicht Enter Everything At Once, wo ich dann zeige, wie man quasi alles auf einmal eingeben kann. Das kann man natürlich hier auch machen und zwar die Noten und die weiteren Notationselemente auf einmal eingeben. Möchte ich auch mal ganz kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Und zwar muss ich jetzt, bevor ich die Note eingebe, muss ich die Elemente definieren, die ich dazu eingeben möchte. Also jetzt zum Beispiel diese Dynamik. Das heißt, bevor ich die Noten eingebe, drücke ich Umschalt D und jetzt gebe ich ein P ein und eine Crescendo-Gabel. Und jetzt gebe ich das Forte noch nicht ein, weil ich das Ende noch nicht weiß, beziehungsweise wenn ich das jetzt eingeben würde, würde es sofort als Ende definiert. Deswegen lasse ich das offen, drücke also Enter und jetzt kann ich dann wiederum hier die Noten eingeben. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, ich bin mit dem Cursor auf der Zellzeit 1, jetzt möchte ich das Forte hier eingeben, drücke also, obwohl ich die Eingabe noch aktiv habe, Umschalt D und jetzt gebe ich das Forte ein, drücke Enter und jetzt kann ich dann hier weiterschreiben, tippe also Achtelnoten an, dann rutscht das Forte auf die Zellzeit 1. Dann habe ich den ersten Takt und den ersten Schlag schon eingegeben, des zweiten Taktes. Jetzt gebe ich wieder die halbe Note ein, aber zuvor das Ornament, also sprich auf Zellzeit 2 soll es ein Ornament geben, nämlich diesen Triller. Drücke Enter und jetzt kann ich einfach die 7 antippen und dann den Ton F eingeben. Ja, schalte wiederum auf Viertelnoten, schreibe das E, dann auf 5 das C. Nachdem ich das C eingegeben habe, drücke ich die Taste S und schreibe jetzt das D. Schalte das dann wieder ab mit Shift-S. Ich weiß, das geht jetzt alles ein bisschen schnell, aber das könnt ihr euch ja dann nachher noch mal angucken, in Ruhe. Und jetzt aktiviere ich das Akzentzeichen, gebe dann den Ton G ein. Jetzt könnt ihr natürlich beide Noten gleichzeitig eingeben, aber ich mache es mal auf die andere Art. Das heißt, ich gebe jetzt mal die Spieltechnik ein, also Umschalt P. In dem Fall ja wieder diesen Down-Bau. Und jetzt gebe ich das B ein und die Note ist ja noch aktiv. So kann ich jetzt hier einfach das I drücken und minus 6 eingeben. Dann wird das hier hinzugefügt. Jetzt gebe ich wieder mit Umschalt P den Down-Bau ein und dann ein A und entsprechend dann Umschalt I minus 6 und am Ende dann, genau, jetzt habe ich das vergessen, wegzulöschen. Dann könnte man natürlich auch vorher noch die Formate eingeben. Das spare ich mir jetzt mal. Jetzt geben wir dann einfach hier die Note G ein. Ja, so kann man das natürlich dann auch eingeben. Wie gesagt, das ist ein bisschen sehr advanced, ob das in manchen Bereichen schneller ist, wenn man wirklich sehr geübt ist. Vielleicht kann man es ja auch auf eine Sache beschränken, vielleicht auf die Dynamiken oder auf Spieltechnik oder was auch immer. Dann kann man das vielleicht gleichzeitig eingeben. Ansonsten dann auch immer in zwei Arbeitsschritten. Okay. Dann der nächste Punkt. Der nächste Punkt sind Arrangiewerkzeuge. Arrangiewerkzeuge, da gibt es einiges, das dem Komponisten dann doch auch hilft, seine Arbeit zu beschleunigen. Ich gehe mal hier in die fortlaufende Ansicht und wir hören hier auch mal rein. Ja, das ist also das Beispiel auch aus dem Video und ich zeige mal ganz einfach, wie das erstellt wurde. Es basiert ja auf drei Ideen und zwar einmal eine Idee für die Holzbläser, eine Idee für die Blechbläser und eine Idee für die Streicher. Ich lösche das mal weg hier. Die jeweiligen Stimmen, die dann gleich generiert werden. Also das heißt, ich lasse jeweils nur die erste Stimme stehen in den Holzbläsern, in den Blechbläsern, also sprich das Horn, also die Flöte, das Horn und hier unten dann die Violine. und das lösche ich weg. Dann klingt das Ganze recht dünn und mager. Hören wir mal rein. So, und jetzt kann ich das Ganze mit Hilfe von Dorico, kann ich das Ganze harmonisieren. Und zwar habe ich ja hier die Akkorde, die eingegeben wurden. Das Piano spielt im Übrigen nicht, sondern das ist jetzt nur ein Dummy hier. Und diese Akkorde, die muss ich ja auch in Dorico nur einmal eingeben, nicht für jede Notenzeile oder für jeden Spieler, respektive Instrument, sondern ich muss die im Prinzip nur, kann die an- oder abschalten, also sichtbar machen oder unsichtbar machen. Das kann ich im Modus Einrichten machen. Da könnte ich dann jetzt hier beispielsweise diese auch mal für das Horn hier anschalten. Dann würden die hier auch angeschaltet sein. Das heißt, würde man diese hier sehen. Gut. So, jetzt möchte ich aber mit Hilfe der Arrangierwerkzeuge möchte ich jetzt hier einfach mal die Holzbläser ergänzen. Dazu markiere ich alle Holzbläser jetzt hier, also die Pausen und die Noten. Und dann habe ich hier im Menü Schreiben habe ich dann hier die Möglichkeit, Quatsch, nicht falsch, sondern mit der rechten Maustaste muss ich hier klicken. Und zwar Akkordsymbole und Diagramme. Das heißt, Noten aus Akkordsymbolen in der Auswahl erzeugen. Das heißt, den Bereich, den ich ausgewählt habe, da kann ich dann aus den vorhandenen Akkordsymbolen Noten erzeugen. Da kann man natürlich sehr viel einstellen. Und jetzt möchte ich die Rhythmik benutzen, und zwar der Flöte. Dann sollen die Noten hier dann verteilt werden auf diese Instrumente. Und das schalte ich auch noch an, dass also die erste Flöte quasi die Top Note ist. Und dann muss ich nur noch auf OK klicken. Und dann wird mir das hier eingegeben. Dasselbe mache ich mit den Blechbläsern. Die markiere ich also. Rechte Maustaste. Noten aus Auswahl erzeugen. Aus Auswahl erzeugen, genau. Und dann muss ich hier noch auf Horn umstellen, dass das die Top Note ist. Sage OK. Schon habe ich das eingestellt. Und dasselbe mache ich noch für die Streicher. Und dann erzeuge ich hier auch dann entsprechend auf Knopfdruck dann die gewünschten Noten. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Ergebnis von vorher. Genau. Und dann gibt es noch weitere Transformationswerkzeuge. Die sind auch wirklich sehr, sehr spannend. Die finde ich dann jetzt hier im Modus Schreiben. Da kann man dann die Tonhöhen ändern und die Rhythmik oder beides zusammen. Die Komponisten wissen, was damit gemeint ist mit Umkehren, Krebs, Krebsumkehrung und so weiter. Und ein Beispiel möchte ich mal kurz zeigen. Ich kann auch eine neue Tonleiter zuordnen. Das ist auch wirklich sehr spannend. Da kann ich nämlich jetzt die Dur-Variante wählen. Und zwar, wenn ich hier alles mal selektiere. Alle Noten. Und dann sage ich hier Schreiben, Transformieren. Und dann kann ich hier die Tonleiter, also ein Tonsystem, wenn man so möchte, hier zuordnen. Und das Ganze spielt sich ja in Moll ab und soll von Moll nach Dur umgewandelt werden. Und dann kann ich jetzt einfach dieses Stück hier einfach in die Dur-Variante verschieben. Ja, jetzt stimmen natürlich die Akkord-Symbole hier natürlich nicht mehr. Aber die bleiben natürlich dann entsprechend stehen noch. Ja, aber so kann man dann mit den Werkzeugen hier entsprechend arbeiten. Dann schauen wir uns mal weiter an, was es denn noch so alles gibt. Und zwar kann man natürlich auch eine Reduktion durchführen, beispielsweise von einem vierstimmigen Chorsatz. Also wenn ich jetzt mal diese Noten hier anwähle und das Ganze hier unten mal weglösche. Es bietet sich immer übrigens an, wenn man mit Mehrstimmigkeit arbeitet, dann hier die Farben für Noten und Pausen einzustellen, nämlich die Stimmfarben. Dann erkennt man gleich, wo welche Stimme Halsaufwärts und Halsabwärts ist und was dann in unterschiedlichen Stimmen stattfindet. So, wenn ich jetzt eine Klavierreduktion erzeugen möchte, dann selektiere ich diese Chornoten hier alle, kopiere die mit dem Befehl Command-C oder STRG-C in die Zwischenablage und dann selektiere ich hier unten diese beiden Pausen, das Klavierdoppel der Akkulade und dann sage ich hier mit der rechten Maustaste unter Erweitertes Einfügen, sage ich bitte das Ganze reduzieren und dann habe ich das hier automatisch in diese Klavierakulade geschrieben. Und intelligenterweise werden natürlich auch dann die Stimmen automatisch umgedreht. Das heißt also, hier entsteht dann automatisch eine Halsaufwärts- und eine Halsabwärts-Stimme völlig automatisch. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. So kann ich jetzt mal die Chornoten hier weglöschen. Dann kopiere ich jetzt diese Klaviernoten hier mit Command-C in die Zwischenablage, selektiere dann links oben den Sopran, die erste Pause und sage dann unter Erweitertes Einfügen einfach das Ganze erweitern und dann wird das auf die entsprechenden Notenzeilen dann entsprechend erweitert. Genau, was kann man noch machen? Man kann jetzt aus diesem Ganzen, kann man jetzt auch zum Beispiel sagen den umgekehrten Weg gehen als in dem Beispiel zuvor. Ich kann jetzt nämlich hier alle Noten selektieren und kann hier auch Akkordsymbole aus der Auswahl erzeugen. Kann man auch jede Menge einstellen natürlich und dann werden hier Akkordsymbole daraus erstellt. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch das nächste Beispiel. Das ist auch eine interessante Funktion, die wahrscheinlich auch so noch nicht jeder kennt. Und zwar ist es ja möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide, Flöte Oboe, ich möchte jetzt doch diese Oboenlinie, die hätte ich gerne in der Flöte und die Flöte hätte ich doch dann gerne in der Oboe. Dann kann ich die beiden Stimmen hier selektieren und dann kann ich einfach auch hier in diesem Menü erweitertes Einfügen, kann ich dann sagen, bitte tausche mir das selektierte Material und dann wird das einfach getauscht von, dann tauscht sich das entsprechend dann aus. Auch eine tolle Funktion, die wahrscheinlich auch noch nicht jeder ausprobiert hat oder kennt, ist das, dass man, wenn ich jetzt diese Flötenlinie hier selektiert habe und ich möchte die auf die Klarinette verschieben, nicht kopieren, sondern verschieben, weil kopieren wäre ja wieder folgendes, ich müsste es hier oben anwählen, dann über die Zwischenablage hier reinkopieren oder dann durch Alt, durch Klick Alt dann hier reinkopieren. Das ist ja dann auch wieder ein Arbeitsschritt mehr. Ich kann jetzt diese Linie einfach hier selektieren und dann kann ich die beigedrückte Alt-Taste und der Taste, also Nordpol und Marta, kann ich das durch die Notenzeilen verschieben. So, das heißt, ich halte die Alt-Taste gedrückt und dann kann ich jetzt hier das da hinschieben. Und auch wenn ich durch andere Notenzeilen das hindurch schiebe, dann entsteht kurzzeitig das, ja, weil das natürlich in der gleichen Stimme ist. Das macht aber nichts, weil die Noten ja selektiert bleiben, ja, und so kann ich das Ganze dann mit Marta abwärts schieben und mit Nordpol kann ich es aufwärts schieben. Also Alt-Taste gedrückt halten, mit Nordpol und Marta aufwärts und abwärts durch Notenzeilen hindurch schieben. Okay, dann als nächstes kommt, haben wir den Key-Editor. Der Key-Editor ist natürlich auch eine ganz tolle Funktion, die auch so in dieser Form kein anderes Programm kennt, also zumindest nicht im Programm selber. Das hat natürlich den großen Vorteil, ich kann jetzt hier Elemente anwählen und die werden mir dann sofort im Key-Editor dargestellt. Ich kann dann auch hier beispielsweise Noten ja dann verlängern oder verkürzen oder ich kann dann auch mit dem Stiftwerkzeug dann hier kann ich auch Noten dann einfach reinschreiben. Und das Tolle an Dorico ist, dass innerhalb dieses Key-Editors, zu diesen anderen Funktionen komme ich gleich, gibt es zwei Modi und zwar einmal diesen Noten-Modus. Das heißt, wenn ich also hier etwas mit der Maus anfasse, verlängere oder verkürze oder verschiebe oder insbesondere auf der Zeitachse ändere, dann ändere ich das tatsächliche Notenbild. Während wenn ich diese dargestellte Wellenform, das soll das hier sein, dann sieht man, dass hier ein dünner Strich unterhalb der Balken dargestellt ist und der breitere Strich oben. Und das ist jetzt die tatsächliche abgespielte Notenposition. Das heißt, ich kann also Noten im Notenbild so stehen lassen und kann Noten länger machen, kann die in der zeitlichen Position verschieben und das heißt also, das Notenbild ist unabhängig von der Klangausgabe, was natürlich die Interpretation wirklich sehr, sehr flexibel macht. Also eine ganz tolle Sache. Hier kann ich das ändern mit diesen beiden Icons, als wenn ich da draufklicke. Ja, dann habe ich natürlich hier verschiedene Editoren. Ich habe natürlich alle Werkzeuge, die man so kennt. Da kann ich hier die Anschlagstärke bearbeiten. Ich habe hier auch ein Histogramm. Das kennt man vielleicht von der Fotobearbeitung. Hier kann ich das Prozentual ändern, kann es zusammen komprimieren oder generell den ganzen Bereich verschieben. Es gibt also viele dieser Werkzeuge. Wie gesagt, Stiftwerkzeug, ein Zeichenwerkzeug und ich kann auch beliebig viele Editoren hier unten links unten hinzufügen. Irgendwann geht natürlich der Platz aus, ist klar. Aber so kann ich hier beliebige Dinge auch einzeichnen. Hier zum Beispiel kann ich diese Dynamik, die ja so vorgegeben ist, immer wenn es grün hinterlegt ist, ist es ein Default-Eintrag. Das heißt, wenn ich also eine Dynamik erzeuge, dann wird diese mit diesem Wert so eingegeben. Kann ich natürlich händisch überschreiben, indem ich einfach hier was reinmale. Ich kann Controller-Daten beliebig editieren und eingeben. Und so kann ich meine VST-Instrumente dann natürlich hierüber dann beliebig steuern. Gut, dann haben wir als nächstes genau mehrsätzige Werke. Das ist natürlich auch eine tolle Funktion. Man hat sich ja bei der Architektur von Dorico hat man sich natürlich Gedanken gemacht, dass man nur noch gerne eine Datei, eine Projektdatei für alles zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, sowohl für die Partitur wie für die Einzelstimmen, wie auch für die Wiedergabe und auch für mehrere Stücke. Also sollte es sein, möchte man eine Suite schreiben oder eben ein mehrsätziges Werk oder verschiedene Nummern, wie hier zum Beispiel haben, dann kann man hier einfach mit den Partien im Modus Einrichten arbeiten. Und die kann ich ja dann auch beliebig verschieben. Und dann sehen wir hier, passieren komische Dinge, aber ihr erinnert euch, was hier gegebenenfalls sein kann. Und zwar, wenn ich die Hinweise ausgeblendet habe und ich die Hinweise jetzt hier einblende, dann sehen wir, oh Wunder, da gibt es Rahmenumbrüche, weil das nämlich so vorher formatiert wurde und gegebenenfalls hier dann auf Layout sperren geklickt wurde. Jetzt kann ich das Ganze wieder in den Ursprungszustand versetzen, also in den automatischen Layout-Modus, indem ich auf Layout zurücksetzen klicke. und dann gibt es keine Rahmen- und Systemumbrüche. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, diese Nummern hier einfach beliebig zu verschieben und es sieht immer gut aus und so kann ich dann einfach mit mehrsätzigen Stücken innerhalb einer Projektdatei arbeiten. Gut, dann haben wir noch den nächsten Punkt, das wäre dann und zwar Instrumente zu verschiedenen Spielern zu verschieben. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr praktische Funktion, weil man sich dann nicht festlegen muss. Insbesondere, wenn man, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, klassische Musik schreibt für ein Orchester und man hat mehrere, ähm, mehrere Percussion-Spieler, ja, und man stellt dann irgendwann am Ende fest, oh Mensch, der eine hat jetzt viel zu viel zu spielen und unter Umständen klappt vielleicht ein Wechsel gar nicht der verschiedenen Schlaginstrumente, dann kann man diese Spieler natürlich ganz einfach zu, diese Instrumente ganz einfach zu anderen Spielern verschieben. Wenn ich ja jetzt hier die Spieler aufklappe, dann sehe ich ja jeweils, welches Instrument der Spieler spielt. Hier habe ich den Percussion-1-Spieler, der spielt jetzt drei Instrumente, die sehe ich hier, und hier der Percussion-2-Spieler, der spielt ja nur jetzt die Triangel. Und so kann ich jetzt zum Beispiel das Clash-Chimple einfach hier nehmen und kann das einfach dann hier zu dem Percussion-2-Spieler verschieben. ja, und so kann ich mir dann das nachträglich beliebig zusammenbauen und ändern, wenn ich feststelle, dass, wie gesagt, ein Spieler zu viel hat und der Wechsel vielleicht zu kurz ist, zu knapp, so kann ich das dann beliebig dann zwischen den Spielern hin und her schieben. Ja, also auch eine sehr praktische Funktion, das natürlich auch gleichzeitig dann in den Layouts natürlich dann auch vollzogen wird, ist ja klar. Gut, dann haben wir noch dann haben wir noch die ja, eigentlich das eins der größten, eins der besten Funktionen, ich habe es da vorher schon gezeigt, auch die automatisch zusammengeführten automatisch zusammengeführte Dirigierpartituren. Wird hier auch mal eine große Partitur hier geöffnet und ja, hier sehen wir natürlich alle Instrumente einzeln, das Ganze ist natürlich sehr, sehr eng und die Instrumentengruppen, die werden ja, aufgrund der Werkseinstellungen dann auch entsprechend zusammengeführt und das kann man ganz einfach mal zeige ich ganz einfach mal, indem ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke und dann vielleicht auch nur für diejenigen, die vielleicht neu in Dorico sind, wenn man diese Arbeiten in anderen Notationsprogrammen macht, ist das sehr, sehr aufwendig. Also das heißt, ich möchte jetzt die zweite Flöte in die Notenzeile der ersten Flöte reinschreiben, die Notenzeilenbeschriftung ändern und dann quasi, dass man immer zwei Stimmen innerhalb einer Notenzeile hat und das für die entsprechenden Instrumenten für die Stimmgruppen, das heißt also für die Flöten, dann für die Klarinetten oder für die Hörner, für die Trompeten, für die Posaunen und das ist wirklich sehr, sehr aufwendig, das von Hand zu erledigen. Dorico macht das automatisch, indem ich hier einfach im Menü Bearbeiten auf Zusammenführen klicke und dann rechnet das Dorico automatisch für mich zusammen, das heißt, die Notenzeilenbeschriftung findet automatisch statt, dann haben wir hier die Oboen, die Klarinetten und dann erscheint auch immer die, wenn es unisono ist, erscheint dann auch immer ein A2 entsprechend, dann kann es manchmal passieren, dass es ein bisschen zu viel ist, also hier bei den Hörnern ist es vielleicht ein bisschen viel, genau wie bei den Trompeten auch, dreistimmig, naja, das kann man natürlich auch ändern, so kann ich jetzt hier in die Layout-Optionen reingehen und kann dann sagen, unter Spieler und Zusammenführen, das sind die Gruppen, die automatisch erstellt wurden und hier kann ich dann benutzerdefinierte Zusammenführungsgruppen erstellen, das ist ein wunderbares Wort und hier sage ich dann jetzt zum Beispiel, dass ich die Hörner, ich mache jetzt mal 1 und 2 anstatt 1 und 3, mache ich mal 1 und 2 und dann noch eine, nämlich 3 und 4 zusammen und dann mache ich das gleiche auch für die Trompeten, also 1 und 2 zusammen und dann dasselbe auch nochmal für die Posaune 1 und 2 und dann werden jetzt diese Gruppen auch entsprechend zusammengeführt. Ja, dann ändert sich natürlich das Layout im Hintergrund, aber es ist jetzt schon wesentlich übersichtlicher. Das passiert also alles völlig automatisch. und ich kann natürlich auch bestimmen, wie das aussehen soll. Wenn ich zum Beispiel gerne hätte, dass das hier Polyphon dargestellt wird, das ist jetzt momentan Homophon, ich blende das mal aus hier, kann ich natürlich auch einschalten, das kann ich ganz individuell machen und zwar indem ich eine Zusammenführungsänderung erstelle, das heißt, ich gehe in den Modus Notensatz und klicke dann hier auf diese Note, ab der ich die Zusammenführungsänderung eingeben möchte. Aus welchen Gründen möchte ich das vielleicht jetzt hier Polyphon darstellen, also das heißt, dass jede Stimme, also die Flöte 1 einen Hals nach oben bekommt und die Flöte 2 einen Hals nach unten. Dann gehe ich hier hin und sage hier im Modus Notensatz, dass ich hier eine Zusammenführungsänderung eingeben möchte. Dann wähle ich hier die Flöte an und dann habe ich hier die Möglichkeit, die Zusammenführungsmethode zu ändern und dann sage ich hier Hals aufwärts, Hals abwärts und dann wird das ab dieser Stelle dann hier entsprechend umgestellt. Und so kann ich mir individuell, das kann ich in jedem Takt machen, in jeder Notenzeile für jedes Instrument, bei jedem Spieler kann ich das individuell gestalten. Ich kann auch die Zusammenführung aufheben, wenn mir das zu eng wird oder das kann ich also alles dann individuell erstellen mit dieser Zusammenführungsendung, die dann auch im Übrigen immer als blaue Beschriftung hier dann entsprechend dargestellt wird. Ja, dann gibt es noch Stichnoten, das wäre dann der nächste Punkt und zwar intelligent verlinkte Stichnoten, auch ein sehr interessanter Punkt und zwar findet man das im Modus Schreiben und zwar gibt es hier rechts dieses Stichnoten-Werkzeug, wenn ich da mal draufklicke, dann kann ich Stichnoten erzeugen lassen und ich kann mir auch Stichnoten empfehlen lassen, das möchte ich auch mal zeigen, wie das funktioniert und zwar kann man hier die Pause bei jedem Spieler oder die Pause, die ein jeder Spieler innerhalb eines Stückes nach seiner Phrase bis zur nächsten Pause hat, die kann man hier einstellen, das heißt, das ist momentan auf 30 Sekunden und wenn ich das aktualisiere, dann werden mir hier, da genau haben wir einige rote Bereiche, werden mir diese Bereiche angezeigt, wo Dorico dann empfiehlt, hier könnte man mal ein paar Stichnoten anzeigen, damit der Spieler nicht so viel Pausen zählen muss, wenn ich diesen Bereich jetzt hier die 30 Sekunden mal auf 10 Sekunden verkürze und das Ganze dann aktualisiere, dann sieht man, dass mehrere Bereiche hier hinzukommen, wo man dann Stichnoten einfügen kann, nicht muss, ja, und dann sieht man mit einem Blick im Prinzip, wo möchte man denn Stichnoten oder wo kann man oder soll man Stichnoten einfügen und dann gucken wir mal hier rein, vielleicht bei den Trompeten entsprechend und ich hebe mal die Zusammenführung auf, dann wird das auch ein bisschen besser dargestellt auf alle einzelnen Instrumente und auch interessant ist, wenn ich hier rein zoome oder beziehungsweise raus zoome, dann werden diese Bereiche dunkler dargestellt und wenn ich hier raus zoome, werden diese heller dargestellt, ja, auch ganz, ganz interessant für die Übersicht und dann kann ich jetzt einfach hergehen und wenn ich jetzt hier Stichnoten haben möchte, dann selektiere ich meinetwegen diese beiden Takte, ja, vor dem Trompeteneinsatz und dann erzeuge ich hier eine, also Stichnoten mit diesem Werkzeug und dann kann ich jetzt hier einfach den Anfangsbuchstaben eingeben, meinetwegen von den Hörnern und dann soll das Horn 1 hier erscheinen und dann werden Stichnoten ja in der Voreinstellung nicht in der Partitur, also in der Layout-Partitur angezeigt, da das den Dirigenten eigentlich nicht interessiert, wer da Stichnoten hat, das ist nur verwirrend und man kann die auch anschalten, natürlich in der Partitur, wenn man das gerne möchte, wenn ich aber jetzt hier in die fortlaufende Ansicht gehe, da werden die Stichnoten auch in der fortlaufenden Ansicht entsprechend angezeigt, ja, wo war ich jetzt? Bei den Trompeten war ich, genau, hier ist jetzt diese Stichnoten und damit man die Stichnoten auch besser findet, gibt es noch eine Möglichkeit, hier im Menü Ansicht kann man dann hier die Stichnoten hervorheben und dann werden die Stichnoten hier blau, die Ursprungs, das Ausgangsinstrument wird blauer dargestellt und da, wo ich Stichnoten erzeugt habe in diesem Bereich, das wird gelb dargestellt und das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt einfach diese Stichnoten hier nehmen ja und einfach mit gedrückter Alt-Taste auf die anderen gewünschten Notenzeilen einfach kopieren ja und die werden dann auch entsprechend, wenn wir jetzt mal in die Trompete in Takt 26 reingucken, dann werden hier diese Stichnoten auch angezeigt und wie bei allem in Dorico, ich kann das mit gedrückter Alt-Taste kann ich das dann entsprechend verschieben oder dann eben auch mit Alt- und Umschalttaste dann verlängern oder verkürzen ja und so passt sich das dann immer automatisch an also auch wirklich eine sehr praktische Funktion ok und dann haben wir noch zu guter Letzt die Seitenvorlagen Seitenvorlagen das ist auch eine eine wirklich ganz tolle Sache da das Prinzip von Dorico ja auf Seitenvorlagen basiert und zwar ich öffne noch mal diese Datei von vorher mit den verschiedenen Partien und zwar basiert ja das Grundprinzip von Dorico auf diesen Seitenvorlagen die ich ja hier im Notensatzmodus auf der rechten Seite habe diese Seitenvorlagen diese kann ich auch beliebig exportieren und importieren in andere Projekte wie gesagt oder auch aus anderen Projekten dann hier importieren und aufgrund dieser Seitenvorlagen wird mein Layout erstellt es gibt drei verschiedene Rahmenarten es gibt also zum einen gibt es Notenrahmen das sind die blauen Rahmen dann gibt es die Textrahmen das sind die grünen Rahmen und dann gäbe es noch oder gibt es Grafikrahmen die sind Magenta Farben und ich möchte jetzt einfach mal hier in dieses Layout Grafiken einfügen das mache ich nicht am besten nicht im Layout sondern das mache ich über die Seitenvorlage gehe ich hier rein und dann kann ich jetzt hier einfach einen beliebigen Rahmen aufziehen meine Dinge mal so dann vielleicht mal noch einen das ist dann so ähnlich wie dem Beispiel was der Video von Anthony Hughes also Dorico Does It Better auch ist im Original und dann klicke ich hier doppelt drauf beziehungsweise hier dann kann ich jetzt hier einfach dann eine Grafik einfügen klicke ich hier nochmal doppelt drauf füge dann diese Grafik ein dann kann man das natürlich noch ein bisschen nach unten ziehen oder wie auch immer das kann man sich ja dann völlig frei gestalten wende das an und dann habe ich hier meine da muss ich natürlich noch um es schön zu machen muss natürlich auch hier der erste Rahmen ein bisschen runter und so weiter muss man natürlich dann noch die entsprechenden Einstellungen vornehmen und das kann ich wie gesagt abspeichern und dann hier auch exportieren und in andere Projekte dann importieren ja das wären also die ich sag mal so 10 wesentliche Punkte die man die Dorico wirklich als tolle Funktionen haben da wird wahrscheinlich jeder so sein für jeden wird vielleicht hoffentlich was dabei gewesen sein und damit wäre ich ja auch schon quasi am Ende wieder der heutigen Session und jetzt muss ich mal einen richtigen Knopf hier finden da sind wir genau also wie gesagt ich hoffe dass für jeden was dabei war und das ist natürlich man muss sich mit der Materie natürlich beschäftigen wie gesagt auch mit den mit den Layout Funktionen die in Dorico anders funktionieren insbesondere die Funktionen das funktioniert wirklich anders als in anderen Programmen es funktioniert vieles automatisch und man dreht einfach an den Stellschrauben und dann ändert sich das Layout wenn man das ein bisschen verstanden hat dann ändert sich das Layout in die Richtung in die man das gerne hätte dazu empfehle ich ja nochmal die Videos aus meiner Reihe Dorico auf Deutsch sich anzusehen wer da Interesse hat das eine heißt Layout in Dorico und das zweite heißt alles eine Frage der richtigen Einstellung da erkläre ich dieses Layout System wie das in Dorico funktioniert und wo man welche Zahlen ändern muss damit man ein entsprechendes Ergebnis erhält ja dann noch ein Hinweis natürlich auf den nächsten Termin der nächste Termin findet statt am Dienstag den 2. Mai schon das ist auch wieder gar nicht so lange hin 2. Mai wieder um 17 Uhr und ja was was ich da behandeln werde weiß ich jetzt noch nicht ich lasse mir wieder was einfallen und dann wie gesagt dann wünsche ich euch eine gute Zeit bis dahin und wir sehen uns wieder bis dahin tschüss dann bis